Heilige Jade Scott, Eminems hat sich verlobt. Im Hause Matas werden womöglich schon bald die Hochzeitsglocken läuten. Heilige Jade Scott, 27. Die Tochter von Eminem, 50, hat sich am Wochenende mit ihrem Freund verlobt. Im Rahmen einer lockeren Wochenendzusammenfassung. Wie sie es nennt, hat die 27-Jährige bei Instagram Ehren rund 3 Millionen Followern mitgeteilt. Dass ihr Freund Evan Klintock am 4. Februar um ihre Hand angehalten hat. Ich liebe dich, schreibt sie und postet ein Ring-Emoji zu drei Fotos. Auf dem ersten Bild ist das glückliche Paar mit einer Flasche Champagner zu sehen. Auf dem zweiten geht er vor ihr auf die Knie und auf der dritten Aufnahme präsentiert Scott ihren Verlobungsring. Heilige Jade Scott ist die leibliche Tochter des Rappers Eminem, bürgerlich Marschall Bruce Matas Iii. Komma, und dessen Ex-Frau Kimberley Scott, 48. Er adoptierte zudem seine Nichte Alina und ihr Geschwisterchen Stevie. Die Kinder von Scotts verstorbener Schwester. Ihre ältere Schwester Alina kommentierte den Instagram-Beitrag von Scott. Sie könnte demnach nicht glücklicher für euch beide sein. In einer Instagram-Story teilte sie zudem ein Bild des Paares und erklärte dazu. Dass meine kleine Schwester den Mann ihrer Träume heiraten werde. Liebe euch beide so sehr, fügte sie an.